Hey Leute, herzlich willkommen bei Schnelle Tricks. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr Tic-Tac-Toe bei Google spielen könnt. Und zwar müsst ihr dafür lediglich einmal Tic-Tac-Toe bei Google eingeben. Hier steht es schon. Dann bestätigt ihr dies einmal und das Spiel wird aufgerufen. Dann könnt ihr hier oben links den Schwierigkeitsgrad einstellen auf leicht, mittel oder unmöglich oder mit einem Freund spielen. Und wenn ihr leicht, mittel und unmöglich einstellt, dann spielt ihr sozusagen gegen den Computer. Stellt ihr ein mit einem Freund spielen, könnt ihr gegen eine andere Person spielen. Wir lassen es mal auf mitteln und ich zeige euch das einmal. Ihr habt immer das X und der Computer füllt dann automatisch den Kreis aus. Ist das Spiel zu Ende, könnt ihr einfach auf Neu Spiel klicken. Für weitere schnelle Tricks gerne abonnieren und liken. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.